Einen wundervollen guten Tag, willkommen zurück zu Node.js. Heute wollen wir uns die Request oder das Request-Objekt ein bisschen genauer angucken, denn da sind viele Informationen drin und von denen sind leider nicht alle relevant für uns. Allerdings sind da zumindest einige sehr, sehr wichtige Sachen drin, die wir natürlich auch im Server verarbeiten wollen und müssen. Und die wollen wir uns mal heute ein bisschen genauer angucken. Wir wissen, dass das hier ein bisschen zu viel ist, deswegen gebe ich euch hier einfach quasi so ein paar Hinweise, was für euch relevant sein könnte. Und ihr könnt dann selbst entscheiden, ob ihr das wollt. In der Express-Reihe, wo wir eine API geschrieben haben im Endeffekt, da sind wir ja tatsächlich gar nicht weiter auf das Request-Objekt drauf eingegangen. Das ist nämlich auch eigentlich Teil von Node und gar nicht Teil von Express, wenn man so möchte. Dementsprechend, ja, das ist halt quasi jetzt RAW. Für uns interessant ist natürlich erstmal, was eigentlich die URL ist, die wir haben wollen. Das heißt, unter Request oder Rec.url finden wir natürlich raus, wo derjenige eigentlich herkommt. Das heißt, gehe ich jetzt zum Beispiel auf Slash, also auf quasi die normale Index-URL oder bin ich unter Slash-API, bin ich unter Slash-Users, oh, are-Users, bin ich unter API-Users-1, wo bin ich eigentlich? Das ist im Endeffekt das, was mir die URL hergibt. Und das ist super, super wichtig für mein Routing später. Ich kann aber auch zusätzlich natürlich unterscheiden, was für eine Request-Method ich habe. Das heißt, die Method ist natürlich auch sehr, sehr entscheidend. Und ich weiß, ja, was im Endeffekt hier passiert für mich. Es gibt einige HTTP-Methods und die möchte ich nochmal ganz kurz, ja, definieren, beziehungsweise euch erklären, denn wir haben ja im Endeffekt eigentlich immer, wenn wir es im Browser aufrufen, also wenn wir selber mit dem Browser die URL aufrufen, nutzen wir einen Get-Request. Der Get-Request ist so der Standard-Request, wenn man etwas lesen möchte. Ich möchte erfahren, wer mein User Nummer 1 ist. Ich möchte erfahren, wo oder was die Index-Seite ist. Ich möchte Dinge eben einfach anfragen. Ich möchte die Webseite sehen. Ich kann aber selbstverständlich auch Informationen an die Webseite schicken und damit meine ich nicht diesen riesen Schlons an Daten hier unten, sondern ich meine meine eigenen Userdaten. Sowas wie bei einer Registrierung, Username, Passwort. Das mache ich nicht mit einem Get-Befehl, auch wenn das gehen würde, aber es ist absolut unsicher und furchtbar, tut das nicht, sondern es gibt den Post-Befehl dazu. Post-Befehl bedeutet, schicke Daten an die Webseite und lege etwas neu an. Okay, dann gibt es unter APIs, also normalerweise macht man, wenn man eine API hat, noch die Put-Funktion. Damit kann ich quasi Sachen updaten und ich kann natürlich auch Sachen löschen und dazu gibt es den Delete-Aufruf oder halt die Delete-Method. Und ja, das kann ich sehr, sehr gut machen. Damit bekomme ich im Endeffekt meine Informationen, die ich alle haben möchte. Und Get-Post-Put-Delete sind sowas wie CRUD. Ich weiß nicht, ob ihr CRUD aus meiner Software-Entwicklungs- bzw. Clean-Code-Reihe kennt. CRUD steht für Create, Read, Update, Delete. Das sind so meine oder die vier Request-Methods, die man eben braucht. Tatsächlich sind natürlich jetzt zwei vertauscht, aber Recute spricht sich halt einfach furchtbar aus. Also Createn tut man mit Post, Read, also Lesen tut man mit Get, Updaten mit Put oder Patch manchmal, das ist selten, aber manchmal passiert es. Und Delete gibt es mit Delete. Wer hätte es gedacht? Genau, das sind also meine Request-Methods. Und für mich ist natürlich, wenn ich eine API, einen Server schreibe, ist unfassbar wichtig, was ich eigentlich genau benutze, was ich überhaupt hier habe. Ist es jetzt ein Request, dass jemand was anschauen möchte, den User zum Beispiel, oder möchte er einen User anlegen? Super wichtige Unterscheidung hier. Okay, das Nächste, was wir loggen möchten, ist unter console.log selbstverständlich. Und ich möchte meine Request-Headers loggen. Und die Headers, die geben mir Informationen über den Aufruf. Die schauen wir uns jetzt nochmal ganz kurz an. Und dazu nehmen wir jetzt einfach nochmal Firefox. Wir werden später nochmal ganz kurz hier reinkommen und uns nochmal die anderen Methoden hier angucken. Das machen wir aber wahrscheinlich nicht dieses Mal. Okay, also wenn ich jetzt mit Firefox hier wieder irgendwas aufrufe, zum Beispiel API-Users1, kann man ja machen. Dann sehen wir hier, achso, dass ich natürlich erstmal den Server starten sollte. Huch. Dann sehen wir hier diese wunderschönen Informationen. So, wir gucken uns die jetzt mal genauer an, denn das ist das, was ich wirklich haben möchte. Am Anfang steht meine URL. Das ist im Endeffekt das, was ich hier haben möchte. Und ja, ich habe das jetzt neu gestartet kurz. Das heißt, wir haben hier die URL als API-Users1. Das hatten wir ja so gesagt, dass die eben genau darauf zugreift. Der Request-Method wurde hier gar nicht geschrieben, weil die nicht definiert war in dem Sinne gerade. Was an meinen seltsamen Browser-Add-ons liegt, das tut mir sehr leid. Da habe ich ein bisschen zu viel, ja, zu viel in meinen Einstellungen getan. So, ein normaler Request würde so aussehen. Das ist jetzt von Chrome. Den Request ist im Endeffekt, wenn ihr mit Chrome auf diese Webseite zugreift, nicht mit Firefox, mit diesen tausend Add-ons, die ich habe. Und zwar unter slash API-Users slash 1, das ist die URL. Dann haben wir die Get-Method sozusagen. Das ist diese Request-Method hier, die mir sagt, ich möchte eigentlich bitte nur lesen. Ich möchte nichts senden, sondern ich will nur Daten haben. Die wird offiziell übrigens auch als safe definiert. Aber Achtung, safe bedeutet hier nicht, dass ihr eure API nicht absichern müsst, wenn ihr Get-Befehle habt. Also auch auslesen kann gefährlich sein, weil man da ja natürlich auch in die Datenbank reinguckt. Also vorsichtig hiermit. Und natürlich mit Posts und so weiter auch. Und meine Header sind im Endeffekt diese Dinger hier. Das sind die etwas längeren Header. Wir sehen, mit Firefox habe ich relativ viel abgeschnitten. Das heißt, unter dem Host verstehen wir, wo wir herkommen. Also die URL. Das ist quasi meine normale URL. Wenn ihr hier unter der Domain the-morphous.de irgendwas hostet, so wie ich zum Beispiel, dann könnt ihr hier unter Local Host 1337 natürlich nichts aufrufen. Ihr müsst da the-morphous.de eingeben. Und dementsprechend kommt ihr natürlich auch auf die Webseite. Die Connection, keep alive, muss uns nichts sagen. Dann haben wir hier einige Indizien, was für einen Browser wir nutzen. In dem Fall Google Chrome Version 97. Dann haben wir hier was für eine Plattform Windows, was ich natürlich fälschen kann. Und dann haben wir hier natürlich den User Agent, wo wir hier unter Mozilla 5.0, Windows NT 10 und so weiter und so fort sind. Also das ist natürlich, da muss man sich darauf verlassen, dass der User quasi das Echte mitschickt. Da gibt es genug, die das hier fälschen würden. Aber grundsätzlich kann ich hier natürlich auch Informationen gewinnen. Und diese Informationen sind sehr, sehr wichtig, wenn ich eine Webseite ausliefern möchte. Denn hier unten, gerade unter Accept Language, finden wir de.de. Und das bedeutet, ich möchte mit meinem Browser gerne die Sprache Deutsch als Antwort bekommen. Das ist ziemlich cool, denn ich kann jetzt hier quasi hergehen und sagen, ja gut, ich hätte ganz gerne für meinen Request Headers, hätte ich gerne die Accept Language und würde mir die gerne ausgeben. So, wir starten das einmal kurz neu. Node. Und das war offensichtlich noch gespeichert. Das war scheinbar noch irgendwie ein Request, der gerade reinkam. So, und hier sehen wir natürlich, ich möchte de.de haben. Das heißt, ich weiß zum Beispiel schon mal, welche Sprache ich in meinem Browser zurückliefern soll, beziehungsweise an meinen Client zurückliefern soll. Und das ist ziemlich cool, dass man eben diese Information hier verwenden kann. Also gerade, wenn ihr multisprachlich seid, dann könnt ihr hier jeweils direkt da den Parameter setzen, weil ihr natürlich unter Request Headers die Accept Language direkt mit definiert habt. Die anderen Sachen, User Agent und so weiter, sind teilweise wichtig, teilweise aber auch nicht. Kommt ganz drauf an, was ihr tun wollt. Okay, das war's von mir erstmal wieder und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.